200 Aussteller waren auf der IT- und Mediamesse in Darmstadt zu Gast. Informationen und technische Neuerungen aus der Welt der IT konnten hier gestaunt werden. Ein Thema wird hier groß geschrieben, IT-Sicherheit. Daniel Schrot von der ITS aus Goldbach zeigt, wie das geht. Mit dem Produkt Global Data Protect ist man auf der sicheren Seite. Global Data Protect ist eine Hochsicherheits-Datensicherungslösung, mit der wir die Daten unserer Kunden in unsere Hochsicherheitsrechenzentren sichern können. Was ist das Besondere an der IT-Media hier in Darmstadt? Ja gut, die IT-Media hier in Darmstadt ist natürlich für uns ein Heimspiel. Wir kommen aus Goldbach, das ist ungefähr 40 Kilometer von hier. Und deswegen nehmen wir hier heute an der Messe teil. Mit Global Data Protect haben Sie die IT-Sicherheit Ihrer Firma aus einer Hand. Und das zu einem günstigen Preis.